Bitte-nicht-stören-Modus heißt, du sollst das Internet nicht stören. Jetzt wirklich? Nein, natürlich nicht. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Zach und herzlich willkommen zurück zu deinem Lieblings-Podcast. Die DAW-Versteher melden sich hier aus der Olympia-Arena der internationalen Toningenieurs-Szene. An meiner Seite der Dominator, der Titelverteidiger, die silbernen, bronzenen und natürlich goldenen Ohren von Holtwig, Björn Schlüter. Schön, dass du eingestellt hast zur neuen Folge von unserem Podcast. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, euch den charmanten Herren hier zu meiner Linken, zu eurer Rechten, im Bild, falls ihr uns zuschaut, zu begrüßen. Nämlich den lieben Jonas Wagner, seines Zeichens Recording-Blog-Erfinder, Podcast-Host und mittlerweile auch Trockenbaumeister. Dazu später mehr. Einen großen Applaus für Jonas Wagner. Ja, auferstanden aus Urinen, würde ich fast sagen. Ne, aus Ruinen. Tatsächlich, meine Familie ist gerade im Urlaub, ausgewandert und ich sitze tatsächlich im Staub und Schutt meines alten Hauses. Mein Haus ist aus den 1930ern, um genau zu sein von 1933 und ich kann es jetzt sogar terminieren, denn beim Rausreißen einer Vertäfelung im Flur fiel mir plötzlich so ein dreieckiges Holzstück entgegen, auf dem sich die Baumeister damals verewigt haben mit zwei Hakenkreuzen, das machte man damals so. Das war da, glaube ich, ja. Und dem Datum 29. Oktober 1933 und das schien das Datum zu sein, an dem die dann halt diese Wand zugemacht haben, die ich jetzt wieder geöffnet habe, quasi 90 Jahre später. Und ich habe es dir zugeschickt, weil du gesagt hast, dass deine Freundin, dass die alte Schrift lesen kann, weil so ein paar Wörter konnte ich identifizieren, aber so alte Handschrift ist ja nochmal was anderes als alte Druckschrift. Also ich sage mal so, sie hat es versucht, ja so eine Stunde oder so hat sie, glaube ich, darüber gebrütet und hatte dann, ich brauche jetzt Stift und Papier, das ist erstmal losgegangen, erstmal so fragmenthaft das, was sie schon mal definitiv lösen könnte oder erkennen konnte, hat sie dann aufgeschrieben, aber hat dann gemeint, naja, ich muss das nochmal in Ruhe machen, das war jetzt irgendwie auf dem Abend um 10 Uhr. Das beruhigt mich auf jeden Fall, weil ich habe noch ein weiteres Holz gefunden, wo auch noch was draufsteht und auf der Rückseite, was mir noch gar nicht aufgefallen ist, von diesem Dreieck steht auch noch was drauf und getrieben wurde ich halt, weil meine Familie ist ausgeflogen und ich fand immer dieses olle Holz, was da halt montiert war, fand ich immer usselig irgendwie. Dann habe ich gedacht, na komm, wenn jetzt alle ausgeflogen sind für ein paar Wochen, dann kann ich da ja mal rangehen irgendwie und dann wirst du so getrieben von so einer Renovierungsromantik. Es gibt ja bei Instagram ganz viele Kanäle, wo wirklich, meine Frau folgt eben auch so ein Chateau, so ein Typ, so ein Engländer kauft sich in Südfrankreich ein altes Chateau und ab da postet der täglich oder wöchentlich irgendwelche Videos, wie der alte Balken rausreißt und eine neue Decke reinzieht. Natürlich alles alleine und natürlich auch alles aus eigenen finanziellen Mitteln und so weiter, das sind ja Kanäle, die 500.000 Follower haben und so weiter und diese Romantik treibt dich dann, wenn du so dieses Holz reißt irgendwie und denkst so, da drunter ist jetzt eine richtig schöne alte Wand und dann ziehst du es runter und denkst so, ne also erstens ist das eine ziemlich alte, olle Steinwand, zweitens diese mumifizierte Maus, die dazwischen liegt, die macht mich jetzt auch nicht gerade an. Und das Brett mit den Hakenkreuzen hätte ich jetzt auch nie gebraucht. Und so weiter und so fort, dann ziehst du, ja gut, das ist ja wenigstens dokumentarisch Teil, das ist ja wenigstens Sache, von wann unser Haus ist, aber dann ziehst du so die Decke runter, weil da war so ein Fenster, das sie einfach zugemacht haben, so ein richtig schönes altes Buntlasfenster, haben sie einfach die Decke zugemacht, damit war das quasi nicht mehr Teil des Hauses. Da reißt du die Decke runter und denkst, boah, das wird bestimmt total schön, das erste, was dich angrinsen, sind so alte Heizungsleitungen, so dicke. Das Haus ist in den 80ern mal renoviert worden und dann haben die wahrscheinlich einfach die Heizungsleitungen da reingezogen und dann Decke drauf, sieht ja keiner mehr, das Fenster interessiert, kein Schwein. Und da drüber dann aber so die Reste von dem alten Gussrohr, was von der oberen Toilette noch drin war. Das heißt, du guckst, so abgehackt, das haben sie auch nicht ausgetrennt, da haben sie mit einem dicken Vorschlaghammer vorgebölzt. Ja, weil das Tolle an Guss ist ja, wenn du da mal vorsichtig mit dem Hammer daneben schlägst, also auf Guss, da gibt es keine Risse, das bricht am Stück weg. Und so sah das auch aus, da sah wirklich so Hacken drin, da musste ich das abschneiden. Und dann war ich natürlich vorbereitet, stand jetzt also auf der Leiter mit meiner Flex in der Hand, so richtig alles angezogen, Handschuh angezogen, dann Pulli angezogen, alles angezogen, Maske auf, falls Teile fliegen und so weiter, Brille noch auf, stehe da, flexe jetzt also dieses Rohr ab. Einziges Teil, was ich nicht angezogen habe, war eine Schutzmaske. So, ey, das ist nur ein kleiner Flur, aber der sah danach aus, als wenn ich den irgendwie mit feinstem Kohlepulver geflutet habe. Und dann habe ich erst überlegt, also erstmal habe ich das alles eingeatmet, was mich furchtbar geärgert hat, weil ich Idiot habe nicht daran gedacht. Das stimmt nicht gut für die Lunge. Nee, ganz im Gegenteil, ich habe auch wirklich so eine richtig belegte Nase davon gehabt. Und dann habe ich gedacht, warum staubt denn hier dieses Metall eigentlich, so bis mir aufgefallen ist, da ist gar nicht das Metall, das ist die Trennscheibe. Weil die wird ja heiß und die wird in Stücke zerlegt, in so feines Pulver. Ja, und dann habe ich tatsächlich da dieses Rohr abgetrennt, was mir auch gut gelungen ist. Und jetzt habe ich diese Ruine da vorne im Eingangsbereich. Und es gibt ja, machst ja ein Loch auf und findest drei weitere Löcher da drunter. Reißt du so eine Vertäfelung von der Tür ab und denkst nur, naja gut, da spachtle ich kurz bei und dann ist das gut irgendwie. Dann kam aber in dem Moment, die Sonne geht bei uns relativ schräg unter, ging die Sonne gegenüber von der Haustür unter. Und dann schien so Lichtscheinen so zwischen Mauerwerk und Türbalken dazwischen durch. Und ich sehe das so und so, naja okay, mit Beispachteln ist wohl nicht getan. Lerne ich also auch noch PU-Schaum. Das macht aber wenig Spaß. Ich lerne jetzt also PU-Schaum, Trockenbau, Verputzen. Ich baue noch eine Markise draußen im Garten. Na klar. Gerade gleichzeitig, wo ich dabei bin, kann ich die Terrasse losreißen. Außerdem soll der Fliesenspiegel im Bad noch runter. Da habe ich jetzt so ein cooles Multit und so weiter. Ich könnte jetzt den ganzen Podcast nur darüber reden. Aber das Coole ist an der ganzen Geschichte, dass das wirklich meditativ ist. Also du bist wirklich nur bei dir selbst. Und dein Kopf kreist ausschließlich um diese eine Baustelle. Was mal ganz schön ist, weil du einfach dieser ganze andere Brassel und so weiter, inklusive meinem Tinnitus, ist nicht präsent. Den höre ich nicht, weil ich bin komplett fokussiert auf was anderes. Und das genieße ich wiederum. Einfach so mal ein paar Tage vor dich hinbrötteln. Keine Familie, keine Termine. Einziger Termin am Tag ist halt mit dem Hündchen rausgehen. Ich zeige hier gerade mal links. Wir haben Besuch heute, ja. Die es nicht wissen, unser Hündchen ist heute dabei, weil wie gesagt, meine Familie zu Hause ausgeflogen. Deswegen ist die Hund hier mit im Studio und hat sich auch sehr gut eingefühlt, wie ich finde. Der größte Traum meiner Freundin, glaube ich. Ja? Ein Studio-Hund. Echt, tatsächlich? Ja. Also, ihr Traum für mich. Ja, okay. Dann mach ich mal gleich ein Foto. Dann kannst du dir zeigen, so könnte das aussehen. Genau. Hier könnte ihr Hund liegen. Aber um kurz mal abzuschweifen von deiner Baustellen-Romantik. Ja, ich bin auch durch. Sehr gut. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir in der letzten Folge oder generell in letzter Zeit sehr, sehr wenig den Kaffee zelebriert haben. Ja, dann sollten wir das jetzt tun. Genau. Ich würde sagen, wir machen das wieder so wie früher. Stoßen an. Stößchen. Auf euch da an den Radio-Empfangsgeräten. Trinken ein lecker Schlückchen Kaffee. Ich muss aufpassen, dass mir nichts rausläuft aus dem Mund, weil ich war gerade nur beim Zahnarzt. Und der fragte, mit oder mit ohne? Ich sage mit. Betäubung. Ja, natürlich, Betäubung. Und das ist ja relativ unangenehm. Zum Glück war es ein Zahn weit hinten, sodass dann die Betäubung nicht so weit nach vorne reinschießt, weil sonst muss ich ja beim Trinken aufpassen, dass die Hälfte von der Suppe hier so rausläuft irgendwie. Sieht aus wie frisch nach einer Botox-Behandlung. War auch interessant, weil er hat dann Tupfer und Absauger und so weiter alles selber gehalten. Er sagt, was ist los? Ferien? Und er sagt, Personalmangel. Ich habe seit dreieinhalb Leuten zu wenig Leute. Seit dreieinhalb Jahren? Seit dreieinhalb Jahren hat er zu wenig Leute. Er findet kein Personal, keine Zahnarzt-Fachgehilfin oder wie das heißt, keine Ahnung, die ihm da hilft. Seit dreieinhalb Jahren. Wenn da einer Urlaub macht, dann drehen die am Rad. Das ist von meinem Zahnarzt aber tatsächlich auch so, dass du dich dann immer fragst, wie kann es eigentlich sein, dass man erstens mal so lange auf Termine wartet und zweitens mal dann, wenn man einen Termin hat, auch noch so lange vor Ort wartet. Zumindest ist das bei dem so, dass ich da, keine Ahnung, um neun Uhr einen Termin habe, aber eigentlich nie vor 20 nach neun rankomme oder sowas. Wo ich dann auch schon mal gedacht habe, wir fährst das nächste Mal mal zehn Minuten später hin. Aber wahrscheinlich, genau dann heißt es, ja, sie sind ja auch zu spät. Jetzt müssen sie warten. Im schlimmsten Fall muss er noch eine Strafe zahlen. Ne, das habe ich ihm heute noch Lob ausgesprochen. Tatsächlich, ich bin noch nie bei ihm im Wartezimmer gewesen. Noch nie. Ah, okay. Das heißt, ich komme rein, gebe meine Karte ab und laufe direkt durch ins Behandlungszimmer. Ne, da haben die, das Zeitmanagement bei meinem Zahnarzt ist da anscheinend nicht so... Also da mal Props an Professor Doktor, hätte ich was gesagt, an Dr. Markus Fischbach in Telgte, der Zahnarzt meines Vertrauens. Ich habe das gewusst, ich habe ja in Telgte gelebt zwei Jahre. Fantastischer Zahnarzt, wirklich einer, du merkst keine Spritzen, der repariert alles so lange, wie es nicht mehr geht, irgendwie. Der ist, wie gesagt, du musst nie warten. Ich habe noch nie bei ihm gewartet. Ja, das ist schon krass. Trotz Personalmangel und so weiter und so fort. Und jetzt hatte ich den, mir war dann ein Zahn abgebrochen in seinen Ferien. Und jetzt gut, jetzt musste ich ja zwei Wochen warten auf diesen Termin. Aber ging und dann kommst du morgens dahin und läufst einfach ins Behandlungszimmer durch. Und drei Minuten später hast du seine Hand in der Hand und ist super. Ich meine, das ist ja auch irgendwie krass, ne? Auf der einen Seite ärgere ich mich dann immer. Egal, wenn ich irgendwo einen Termin habe, ob das jetzt Zahnarzt ist. Und ich bin ansonsten glücklicherweise, war ich die letzten fünf Jahre, hat mich keinen Arzt gesehen, außer der Zahnarzt. Ich wollte gerade sagen, war ich nicht mehr beim Zahnarzt glücklicherweise. Nee, nee, das wäre schlecht. Aber ist schlecht. Das wäre schlecht. Nee, aber ansonsten halt nicht. Deswegen habe ich sonst nicht so viel mit irgendwelchen Ärzten terminmäßig zu tun. Ja. Aber auch, keine Ahnung, Friseur oder Autohaus oder irgend so ein Kram. Ich denke dann immer, wenn ich irgendwo 15, 20 Minuten warte, das macht ja keiner mit Absicht. Aber ich ärgere mich dann trotzdem immer, so die ersten zehn Minuten ärgere ich mich immer oder so von Minute 5 bis Minute 15 ärgere ich mich, weil ich dann immer denke, warum respektieren die meine Zeit nicht? Weil man ist ja meistens dann so, wenn man solche Termine über den Tag irgendwo, ich meine, das ist unser Glück als Selbstständige, dass wir natürlich immer eben sagen können, wir können mal eben Mittwoch um 13 Uhr oder Freitag morgen zum Zahnarzt, wo andere sagen, dann muss ich arbeiten, ich muss mir irgendwie Halbtag Urlaub nehmen oder muss dann nach der Arbeit hinfahren. Das ist natürlich unser Vorteil, aber trotzdem denke ich dann immer so, okay, ich habe jetzt um neun Uhr einen Termin mit dem Zahnarzt, das ist nur eine Kontrolle, das dauert fünf Minuten, so zehn Minuten warten, Viertelstunde warten, so keine Ahnung, bin ich um spätestens Viertel vor zehn im Studio, so ich muss das und das und das machen und habe ja auch meine Zusagen, bis, klar, bis Mittags kriegst du das und das, wenn es irgendwo hektisch wird oder so. Bis gestern. Ja, ich meine, es gibt ja manchmal so Momente, wo du dann wirklich sagst, okay, da ist irgendwas schiefgegangen, ich bin nun mal der Letzte in der Nahrungskette dann immer. Last Line of Defense. Genau, und dann heißt es ja, okay, bis zwölf Uhr, ja, schaffst du locker und dann guckst du auf die Uhr und denkst, ey, scheiße, es ist halb zehn, in neun Uhr hätte ich jetzt einen Termin gehabt und dann bin ich immer so ein bisschen ärgerlich, so in mir und dann denke ich aber auch, naja gut, auf der anderen Seite, die haben das ja jetzt nicht mit Absicht gemacht und zum Zweiten, wer weiß, vielleicht gab es ja auch irgendwo Komplikationen jetzt beim Zahnarzt, gut, im Autohaus jetzt vielleicht nicht unbedingt, kann es auch mal an Komplikationen geben, aber ich ärgere mich dann trotzdem immer so zehn Minuten, weil ich immer meine Zeit nicht respektiert fühle, auch so generell, wenn Leute sich verspäten oder so, wenn man Termine ausmacht. Ich bin immer so jemand, der versucht. Wie ein guter Kandidat für. Ja, aber ich habe das schon eingeplant bei dir. Akademisches Viertel. Genau, wenn wir elf Uhr ausmachen, trage ich bei mir im Kalender immer elf vor fünfzehn ein. Passt. Ne, aber so generell, also, ich weiß nicht, hast du das auch? Bist du da auch so deutsch? Ne, ich habe tatsächlich die umgekehrte Variante, weil ich mich auch oft ganz eng takte, das war in meinem alten Beruf schon so und in diesem Beruf ist das auch so, dass ich takte mich relativ eng und wenn ich dann genau wie du weißt jetzt zum Beispiel, alles klar, ich habe jetzt um zehn Uhr einen Termin, dann kann ich also vorher noch eben, was weiß ich, meine Steuern machen, wir nutzen ja beide das gleiche Programm, LexOffice zum Beispiel, dann kann ich mit dem Hund noch eben kurz gehen, vielleicht kann ich noch eben einen Kaffee aufsetzen, die will jetzt gerade nicht gehen und so weiter und time das alles und so weiter und dann kommen ganz viele Leute oft zu früh, wo dann mein Zeitplan durcheinander fliegt, weil ich hatte das ja auf zehn Uhr getimt im Zweifel und dann, deswegen habe ich neulich mal den Spruch gebracht, fünf Minuten vor der Zeit ist auch unpünktlich und was mich ganz oft geärgert hat, das war in meinem alten Beruf und das ist jetzt nicht negativ gemeint oder so, doch ist schon negativ gemeint, weil auch da war ich natürlich eng getaktet, weil als Geschäftsführer von einem Unternehmen hast du so viele Termine, so viele Dings und so weiter und so fort und wenn du dann Bewerbungsgespräche geführt hast und der Bewerber kommt dann schon mal eine Viertelstunde vorher und sitzt schon mal vorne, wo du dann auch denkst, so jetzt ist jetzt unhöflich den warten zu lassen, auf der anderen Seite ist aber auch unhöflich, dass er eine Viertelstunde vor der Zeit kommt, dann soll er sich vorne vor die Tür stellen und um elf Uhr Ding Dong machen. Gut, das sagst du halt, andere würden jetzt wieder sagen, oh der kommt aber hier ganz kurz vor knapp irgendwie, ne, also das ist ja immer so, äh, elf Uhr würde mir reichen, weil ist ja vereinbart. Genau, äh, der eine sieht das so, ich bin auch immer eher jemand, ähm, der, ich sag mal, so spätestens halt fünf Minuten vor, weil, kommt natürlich immer auf den Termin an, ne, auf den Inhalt, ne, ich war zum Beispiel vor ziemlich genau zwei Wochen bei einer Probe, von der ich dir erzählt hab, ähm, ein Probevorspiel, wie auch immer man das nennen möchte und die war vereinbart 19 Uhr, proben wir, ne, das war in Münster, so natürlich, ne, weiß ja nicht, Münster ist ja unberechenbar immer vom Fahren. Kreuz Münster-Weser-Straße ist im Moment nicht schwierig. Genau, da ist auch dicht, ne, und bin natürlich ein bisschen früher losgefahren und stand jetzt da vor der Tür, ganz entspannt und dann war es irgendwie so zwei Minuten vor sieben, und ich wusste jetzt nicht genau, wo ist denn hier überhaupt der Eingang oder so, ne, also ich konnte nicht genau sagen, ah, eventuell geht das da rein oder so, aber ich konnte nicht sagen, hab gedacht, ja gut, zwei Minuten vor sieben, die wollen um 19 Uhr mit der Probe anfangen, dann werden die ja schon im Proberaum sein. Naja, 19 Uhr ist ja vier vor, ne. Wenn man aus dem, mehr aus dem Orchester-Bereich kommt, wo man natürlich die Verantwortung für 60, 70 Leute hat, wo du natürlich nicht sagen kannst, wir gucken mal, wir sagen mal 19 Uhr und um 20 Uhr nach geht's dann los, sondern wo du natürlich so durchgetaktet bist, hab ich dann gedacht, so um zwei Minuten vor kam auch keiner irgendwie, also fuhr keiner vor oder so, hab gedacht, na, bin ich hier wirklich richtig oder so. Also, was machst du, Telefon in der Hand, moin, wo muss ich denn hier rein? Ja, bleib mal ruhig, ist doch zwei Minuten vor. Ja, ja, deswegen hab ich da, ja, ja, wir sind doch auf dem Weg. So, und dann kam da halt so der... Aus Albachten. Der Erste kam da so mit dem Rad irgendwie angeschippert, der Nächste kam zu Fuß mit der Klappe auf dem Arm und einer Flasche Bier in der Hand, da hab ich gedacht, ja, guck mal, wie früher. Alles wie früher, genau. Alles wie früher, nur, dass alle 10, 15 Jahre älter sind. Nee, aber da hab ich auch noch so gedacht, so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin ausmache für irgendwas, für eine Probe, für einen Soundcheck, für einen Termin im Studio oder so, dann versuch ich eigentlich, wenn ich jetzt sage, um 11 Uhr ist der Termin, dann versuch ich eigentlich immer alles so zu regeln, dass um Viertel vor 11 bin ich eigentlich bereit. Ja. So, ne, wenn ich irgendwas aufzubauen hab oder irgendwas zu machen hab. Das heißt, ich bin immer eher so sehr viel früher damit fertig. Ich, früher tatsächlich häufiger als jetzt, ich bin irgendwie mit meiner Selbstständigkeit auch ein bisschen unklünglicher geworden, was ich ein bisschen doof finde auch. Auf der anderen Seite kommen immer so Sachen dazwischen, gerade zum Beispiel wieder eine Unaufmerksamkeit, weißt du, ich sitze im Auto und denke daran, dass mein lieber Kumpel Ingo Geppert Geburtstag hat heute. Also, will ich den anrufen. Damit steige ich ins Auto, wenn ich gleich im Auto sitze, rufe ich Ingo an. Übrigens, Ingo, falls du das hier sehen solltest, nachträglich, weil wir haben jetzt Freitag und du siehst uns am Sonntag. Ist das der Producer-Network, Ingo? Producer-Network, der hat Geburtstag, ne? Das ist irgendwie funktional nachträglich, lieber Ingo. Und dann steige ich halt damit ein, steige ich ins Auto ein, hat aber heute Morgen, als ich aufgestanden bin, schon drüber nachgedacht, ich darf auf keinen Fall über die Weseler Straße fahren, weil da ist zu. So, steige ich ins Auto, fahre an, denke so, ich muss noch Ingo anrufen, fahre los, den üblichen Weg, ist ja Autopilot, mehr oder weniger, und stelle dann so auf der Hälfte des üblichen Weges schon fest, ach scheiße, hier wollte es ja gar nicht, sagt man nicht, ne? Ach kacke, hier fährt man nicht entlang. Ja, und wie fahre ich jetzt irgendwie? Und dann hatte ich in dem Moment schon wieder fünf Minuten verloren, ne? Und wenn du dann noch, ich hatte ja angekündigt, dass ich ein bisschen später komme, weil ich vom Zahnarzt kam, ne? Aber letztendlich habe ich mich dann schon wieder geärgert, dass ich ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, so wie dieses, ich muss unbedingt das erledigen, du gehst durch die Tür, weg, ne? Weil dein Hirn wischt ja nach jedem Raumwechsel erstmal kurz das Kurzzeitgedächtnis aus, ne? Das kenne ich. Mhm. Das hat ja jeder Mensch. Ja, ja, aber bei mir wird das auch schlimmer, irgendwie. Deswegen, ich habe so eine Notizen-App auf dem Handy und egal, wenn ich irgendwo stehe, selbst wenn ich am Laufen bin von A nach B oder keine Ahnung was, eben kurz, und wenn es nur so ein Stichwort ist, ne? Gibt dann manchmal den Moment, wo du so zwei Tage später denkst, Lampe? Was für eine Lampe? Welche Lampe? Steht nur ein Wort. Steht nur Lampe. Und denkst so, Lampe. Naja gut, keine Ahnung. Gehst irgendwie ins Studio und denkst, ah, du wolltest noch ein Leuchtmittel mit, dem, weil die Lampe im Raum, keine Ahnung, kaputt ist, ne? Oder letztens habe ich mir Batterien aufgeschrieben. Ja. Aber welche? Ja, genau. Und wofür? Batterien. Das war irgendwie Freitags, glaube ich, oder Samstags. Ja, genau, da war ich Samstags noch irgendwie bis Mittags auch im Studio. Und dann, nee, ja, Batterien. Dann war Wochenende. Dann war ich auch Montags nicht im Studio, war ich unterwegs, live. Und dann so Dienstagst morgens so, Batterien. Batterien. Was könnte das sein? Batterien, Batterien, Batterien. Na gut, wirst du ja dann schon merken, ne? Und geh ins Studio, fahr einen Rechner hoch, ne? Ja. Was passiert? Maus. Alles klar. Und dachte so, ja gut, ich habe ja immer Batterien im Studio, ne? Warum? Wahrscheinlich habe ich mir das nur aufgeschrieben, weil ich es nicht mehr geschafft habe, die zu wechseln. So, machst du die Batterienschublade. Jeder Mensch sollte eine Batterienschublade besitzen. Machst du die Batterienschublade auf und denkst, ah, 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 Knopfzelle. Knopfzelle, äh, hier die, wie heißen diese, Blockbatterien. Ja, neun Volt Block. Ah, ah, nicht da. Ja. Mist, deswegen habe ich das wahrscheinlich aufgeschrieben. Also. Wieso schlau? Also wieder aus dem Studio raus, zum Supermarkt. Einmal Batterien kaufen, wieder zurück. Ja. Gut. Ich habe ja ein riesen Konvolut Akkus da, was da immer hilft und immer ein paar aufgeladen. Von daher kann ich da zum Beispiel. Und die Maus, meine Apple-Maus, die sagt mir immer Bescheid, bevor sie alle geht. Also jetzt Batteriestand. Ja, sagt die Logitech auch, aber die sagt dann halt ungefähr so drei Monate Batteriestand niedrig. Ja. Wo man immer so denkt, ja, drei Monate. Weißt du, das ist wie, ich kenne mein Auto, Kraftstoffstand niedrig, ah, da kommen wir noch bis nach Hamburg. Da kommen wir noch bis nach Hamburg. Und wahrscheinlich hat die Maus mir das seit, ja, vielleicht nicht drei Monate, aber vielleicht vor vier Wochen oder so gesagt, oder vor zwei Wochen. Und du denkst mal, ja, ja, denke ich dran, denke ich dran. Weil wenn du dann ins Studio gehst, und das werden alle von, auch von den Hörern bestätigen können, egal ob du das jetzt beruflich machst oder aus Hobby, gerade die Leute, die das aus Hobby machen, ne. Und dann von der Arbeit und zu Hause und Family und hier noch und Einkaufen und Zahnarzt. Und dann, so, jetzt habe ich endlich Zeit, fährst den Rechner hoch und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, aktualisieren sie den Treiber. Batterie ist leer. Denkst du, ja, ja, mach ich dann. Weil ich habe jetzt eine Stunde Zeit, um irgendwie mal was zu mischen oder was aufzunehmen oder so. Und ähnlich ist das komischerweise. Ich habe ja ein paar mehr Stunden Zeit an Sach für das Studio, sollte man meinen. Aber ich habe es trotzdem einfach nicht geschafft, irgendwie diese Batterien zu wechseln. Und ich habe jetzt den Trick entwickelt, was heißt Trick? Die Methode für mich entwickelt, wenn ich was holen will und ich muss durch eine Tür gehen, dann sage ich das während des, also das sieht von außen ein bisschen doof aus, weil ich die ganze Zeit, ja, ja, so ungefähr, weil ich wiederhole, das ist das einzig, also während ich durch die Tür durchgehe, damit ich im Keller noch weiß, was ich wollte. Wir haben einen relativ großen Keller, das heißt, bis ich hinten im Werkkeller bin, um was zu holen, bis dahin hätte ich das, musste ich durch vier Türen durch, weil jeder Keller einzeln abgetrennt ist. Das hätte ich also bis dahin lange vergessen, also muss ich das wiederholen. Blöd ist nur, dass wenn ich gerade vorher was in der Hand habe, ich das zur Seite lege, dann sage, was ich holen will, gehe in den Keller, gehe wieder hoch, habe das, was ich holen wollte und habe vergessen, wo ich das Ding, was ich gerade in der Hand habe, hingelegt habe. Also Alter ist echt nichts für Anfänger, da hast du die Hälfte vergessen. Neulich habe ich tatsächlich meine Pillen gegen Vergesslichkeit auch noch vergessen. Also das war wieder so, wo du durchs Haus läufst, so Hammer, 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 Hammer. Wenn du da hochgehst und denkst, was wollte ich denn jetzt eigentlich mit dem Arm machen? Genau, was wollte ich denn eigentlich damit irgendwie? Und warum tut mir der Daumen schon wieder weh? Keine Ahnung. Ja, so ist das. Ich habe in der letzten Woche oder in dieser Woche was Interessantes gelesen. Ja. Deswegen, für alle, die uns zusehen, habe ich hier mein Mobilfunksempfanggerät. Ja. Mobilfunksempfanggerät in der Hand. Dein Mobillese, Leser. Genau, aus einer familiar geführten Elektronikmanufaktur. Aus Kalifornien. Ja, genau. Und zwar fand ich das total interessant, das ist auf jeden Fall was für ein Podcast. Und zwar geht es um die musikalische Komplexität von Melodien. Und das halt im Laufe der letzten, also von 1950 bis 2023 wurde das analysiert. Also der Popularmusik meinst du natürlich. Genau. Warte, ich kann es euch genau sagen. Es wurde immer die Hauptmelodie beziehungsweise die Gesangsmelodie von den Top 5 Billboard Songs, also Top 5 Songs aus dem Billboard-Schatz des Jahres. Also 1950 die Top 5 und so weiter bis 20... Ah ne, bis 2022, Entschuldigung. Und es geht immer um die Hauptmelodie beziehungsweise, also wenn es instrumental ist oder um die Gesangsmelodie, wenn es eben mit Gesang ist. Und, ähm, wen wundert's, die musikalische Komplexität wurde im Zeitraum 1950 bis 2023 stetig geringer. Ich hab... Das hat mich ja erstmal nicht gewundert. Naja, das ist ja das, was man intuitiv eigentlich vermuten würde. Für alle, die das interessiert, das sind Madeleine Hamilton und Marcus Pearce von der Queen Mary University of London. Ja. Die das analysiert haben, also es gibt tatsächlich eine Studie, wer da Bock drauf hat, kann sich die natürlich mal anschauen, weil es geht noch weiter. Also das ist jetzt natürlich so die Headline. Ja, na klar, du brauchst erstmal einen Eyecatcher. Genau. Und was sie festgestellt haben, es gab zwei signifikante Punkte oder zwei Punkte, also Zeitlinien, wo es signifikante Veränderungen gab in der Komplexität von Melodien. Und das ist einmal 1975, also von 1950 bis 1975. Okay. Dann von 1975 bis 2000. Ja. Und dann von 2000 bis jetzt. Wir hören Musik. Wir hören Musik. Auch nicht schlecht. Ja, es ist Sommer, also das, was wir für Sommer halten, hat wahrscheinlich eine seiner Autotüren offen, ne? Ne, das ist Livemusik. Das ist ein Blasorchester, was du hörst. Ah stimmt, das ist ein Blasorchester, was wir hören. Ja, interessant. Naja, auf jeden Fall, also es sind immer 25 Jahre sozusagen, ne? Ja. 1950 bis 1975 und dann eben nochmal 25 Jahre und die bezeichnen das als Melodic Revolutions. Aha. Das finde ich ganz interessant. Als Ursache dafür nennen sie halt immer das Auftreten von neuen Musikgenres oder die, das Popularwerden von Musikgenres. 1975, Disco, Stadionrock, New Wave und weil eben diese Zeit mit Disco, Stadionrock, New Wave diese Zeit von Proc-Rock und Progressive-Kram so abgelöst hat, was natürlich sehr viel komplexer war. Aber das stimmt tatsächlich, der Proc-Rock ist in den Mitte bis Ende 70ern, ja, da hat er so seine Ausläufe gehabt und dann nochmal Anfang der Mitte der 80er mit Meridian und so weiter. Und dann halt nochmal dieser spätere Zeitpunkt, Ende der 90er oder 2000er, das ist halt die steigende Popularität von Hip-Hop, haben die quasi dafür als Grund genannt, Einführung von DAWs, generell dieses Loop-basierte Arbeiten, Sample-basierte Arbeiten etc. Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Also da gibt es noch tausend mehr Punkte. Ja, wenn du das mal, also ich habe interessanterweise, gestern bin ich im Prinzipalstudio gewesen, habe da mit Vincent Sorg auch drüber gesprochen. Übrigens, wir haben die Vorbereitung für das Mix-Wochenende gemacht, für die Mix-Wochenende. Wir haben endlich die zwei Songs ausgewählt, die ich dir gleich verrate, die du dann trommeln darfst. Und für Kurzentschlossene, ich gucke jetzt mal in die Kamera, für die Leute, die uns zuhören, für Kurzentschlossene gibt es für jedes Wochenende noch einen Platz frei. Das heißt also, falls du spontan im Lotto gewonnen haben solltest du nicht, so teuer ist es nicht, aber falls du spontan ein bisschen Geld übrig hast, dann schau doch mal unter recordingblog.com-shop nach. Da gibt es nämlich noch einen Link zu den beiden letzten verbliebenen Tickets für die Mix-Wochenende. Einmal Ende August und einmal Anfang September, wo wir im Tonstudio über vier Tage lang einen Song aufnehmen, abmischen und so weiter und den kompletten Prozess von der Aufnahme über Produktion bis hin zum fertigen Master quasi durchsprechen. Mit einem Pro-Produzenten, falls du Vincent Sorg nicht kennen solltest, das ist der Mann, der unter anderem hinter den toten Hosen steckt. Das ist jetzt so am Rande, aber mit genau Vincent habe ich darüber gesprochen, der ist nämlich genauso wie Timo, Timo Krämer, auch ein Analyseur, möchte ich jetzt mal sagen. Jemand, der Musik analytisch hört, mit dem habe ich über Taylor Swift gesprochen, weil er sagte, dass er das natürlich privat jetzt nicht so hört irgendwie, aber er hat Kinder und immer wenn die im Auto sind, hören die halt Taylor Swift rauf und runter. Und er hat halt beobachtet, dass bei Taylor Swift zum Beispiel die Melodien auch sich weitgehend im Bereich von drei, maximal vier Tönen bewegen. Also die Variabilität, die Melodie ist nicht sehr komplex, sie ist also sehr leicht nachverfolgbar. Und da hat er sich dann auch nochmal ein bisschen drüber ausgelassen, wo man über Kreativität noch spricht, wenn sich sowieso nur alles innerhalb von zwei oder drei Tönen bewegt oder so weiter. Aber was mir gerade in dem Zusammenhang aufgefallen ist, vielleicht liegt es auch daran, dass die musikalische Vorbildung, die du gebraucht hast, um Musik aufzunehmen, dass die ja sukzessive abgenommen hat. Ich nenne das immer die Demokratisierung der Mittel, dass du früher zumindest mal wissen musstest, was eine Tonleiter ist oder zumindest einen Quintenzirkel beherrschen musstest. Also das wird alles da auch aufgeführt, also als mögliche Gründe oder auch als, genau, also das ist ein Teil davon oder auch, dass eben, dass es viel, viel einfacher geworden ist, auch Musik rauszubringen, zu veröffentlichen als früher. Also wenn wir über 1975 sprechen, da war es schwierig, keine Ahnung, selbst wenn du vielleicht noch irgendwie das Aufnahme-Equipment irgendwie hattest, ob das jetzt ein, weiß ich nicht, Zweispur-Rekorder war oder was auch immer. Kassetti. Genau, aber du konntest diese Musik ja fast gar nicht, zumindest jetzt nicht, für die breite Masse veröffentlichen. Du konntest eine Kassette aufnehmen und konntest sie deinen Freunden verticken oder weiß ich nicht. Aber da führte kein Weg an einer Plattenfirma und an einem R&R-Manager vorbei. Deswegen ja, und heutzutage ist das ja ein bisschen anders und ich glaube trotzdem, dass wenn wir über Komplexität sprechen, hat das ja nicht immer was mit DIY oder irgendwie mit Major-Label und nicht Major-Label zu tun. Nee, das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte nur eher, dass Leute, die halt überhaupt gar keine musikalische Vorbildung haben, die vielleicht noch nicht mal irgendein Instrument spielen, heutzutage durchaus in der Lage sind, Musik zusammenzuklicken. Genau, aber gibt den Leuten halt das, was die wollen. Das ist ja so ein bisschen immer der Punkt. Auch wenn es ja anscheinend, es ist ja ein Lernzyklus, wenn man sich das jetzt betrachtet, es sind so knapp 25 Jahre. Das heißt, die haben diese Veränderung ja festgestellt an diesen Knackpunkten dann. Aber das ist jetzt ja nicht, dass es ab 1975 Disco gibt, sondern das gibt es ja schon vorher. Das ist ja so ein Prozess da, der das Ganze irgendwie aufnimmt. Und was ich noch interessant fand, irgendwie als Punkt noch aus dieser Studie, die haben halt festgestellt, dass die, also die Anzahl der Töne und die Variation der Töne ist deutlich geringer geworden. Aber die Häufigkeit oder die Anzahl von Noten, also für alle, die jetzt denken, was labert der da? Also sagen wir mal, die Melodie, die Hauptmelodie besteht aus vier Tönen. So, sagen wir mal, vier Töne. Dann ist früher, wenn vor 25 Jahren oder vor 50 Jahren, gab es vielleicht auch ein Lied, wo die Hauptmelodie nur aus diesen vier Tönen bestand. Aber das wurde viel, viel häufiger variiert. Also die, ob jetzt von 1 auf 3, 1, 4, keine Ahnung, die Reihenfolge. Und dafür hatte die Melodielinie aber insgesamt weniger Töne. Also nicht ja-da-da-da-da-da-da-da-da-da, sondern ja-da-da-di-da-da-da, keine Ahnung. Und heutzutage ist es so, dass die Tonwiederholungen, also wir sind immer noch bei diesen vier Tönen, aber es werden deutlich mehr Töne, mehr Noten gespielt, nicht mehr Töne. Ah, okay. Ja, also ich hatte einen Bericht darüber auch gehört im Deutschlandfunk und da ging es auch darum, dass die Musik heutzutage deutlich repetitiver ist. Also sich immer in einzelnen Teilen häufiger... Das war ein viel schlaueres Wort als das, was ich versucht habe zu erklären. Ja, aber das Ergebnis ist ja dasselbe, ne? Hört, hört. Dass es darum ging, ja. Und ich muss natürlich revidieren, Taylor Swift hat eine sehr, sehr fundierte musikalische Ausbildung. Ja. Was natürlich überhaupt gar keinen Einfluss auf ihre Melodiebildung hat, sondern sie ist natürlich Popularmusikerin und die weiß natürlich auch, was gehört wird. Sehr interessante Doku gerade über Taylor Swift gesehen. Die muss ich mir dann mal angucken in dem Zusammenhang. Also Baswanas, ich glaube irgendwie ZDF Kultur oder irgendwas sowas bei YouTube, die wurde mir angezeigt, habe ich vor ein paar Tagen gesehen, war sehr interessant, so über ihre Anfänge. Die ist ja schon im Prinzip, also die hat ja ihren ersten Plattendeal mit elf gehabt oder so. Die Eltern sind ja, glaube ich, mit ihr, also sie hat gesagt, wenn ich es schaffen möchte, dann müssen wir nach Nashville ziehen. Ja, und die sind, ja, die sind dreimal im Monat sind die mit ihr nach Nashville gefahren, damit sie da Demos verteilen kann und so. Genau, und dann sind die ja irgendwann da hingezogen, was sie gesagt hat, wir müssen da hin, ne? Total crazy. Aber es ist ja aufgegangen, die Rechnung, ne? Also die ist definitiv aufgegangen und in dem Zusammenhang, Taylor Swift kam auch, ja, wir könnten jetzt ein Bashing machen oder sonst was, irgendwie. Faszinierende Person auf jeden Fall und findet in meinem Universum überhaupt gar nicht statt. In meinem auch nicht. Und ich habe tatsächlich neulich mit jemandem darüber geredet, gestern noch, der mir sagte, kannst du mir mal einen Hit von Taylor Swift sagen? Weißt du, so wie, wo du, bei Miley Cyrus, wenn der sagt, kannst du mir einen Hit von Miley Cyrus nennen, dann würde ich sagen, ja, also zumindest Flowers habe ich mitgekriegt, so, ne? Ist das da, wo die auf der Abrissbiene saß? Nee, 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 das nicht. You can buy me flowers, wo sie sich gerade getrennt hat von ihrem Freund. So, das wäre jemand, ein Hit, den ich jetzt zitieren könnte, ne? Aus dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr. Und da war generell schlechter drin. Ja, aber ich, Taylor Swift kann ich zum Beispiel jetzt überhaupt gar nicht zitieren, weil die in meinem Universum gar nicht stattfindet, ne? Also, auch meine Tochter ist kein Swifty und mein Sohn sowieso nicht, ne? Aber, ähm... Ich finde das aber generell sehr schwierig. Heutzutage? Nee, so generell. Also, du bist ja auch jemand, der sehr viel mit Namen und so um sich werfen kann. Ja, von dem er sich die Hälfte nicht merken kann, meistens. Du? Ja, ich. Naja, aber schon eine Menge. Ich sag nur, Bruce Dickinson ist der Sänger von Metallica. Ja, aber du sagst ja hier, ne, jetzt nicht nur, wenn wir im Podcast sitzen, sondern auch hier, ne, das ist ja der Drummer von dem und dem, kennst du ihn nicht. Und ich denke immer so, ne. Also, das hat ja nichts damit zu tun. Ich hab 20 Jahre Vorsprung, das ist es wahrscheinlich. Ne, ich glaube, ne, das ist so, das liegt einfach an meiner, an meiner Persönlichkeit, an meiner Art und Weise, wie ich sowas betrachte. Das ist so, wie Leute nicht verstehen können, dass ich nicht auf den Text höre. Beispiel. Der, der Kollege David Rebel, über den wir schon häufig gesprochen haben, aus Münster, der singt ja zum Beispiel in der Big Band, die ich hatte. Ja, genau. So. Und wir haben, wir haben ein Konzert gespielt und er hat, was haben wir gesungen, gespielt, ich glaube, Bad Bad Leroy Brown haben wir gar nicht gemacht. Bad Bad Leroy Brown, Bad Bad. Genau. Und da gibt es einen deutschen Text zu. Ach echt? Ach von Bill Ramsey oder was? Äh, ich, weißt du, da ist schon wieder dieser Punkt jetzt, wo ich denke, erklärt hat hat mir, aber das ist jetzt auch schon wieder sieben, acht Monate her, das heißt, ich hab keine Ahnung. Das ist genau der Punkt, wo dann immer alle Leute denken, ja, du hast ja überhaupt keine, du kennst ja die ganzen Leute nicht und so, wo ich so denke, Alter, sing mir die ersten drei Töne vor. Ja, ich kenne wahrscheinlich eine ganze Menge, ich kenne wahrscheinlich eine ganze Menge, aber dieses Namenzeug, komischerweise kann ich mir Namen im, jetzt, äh, gegenüber, kann ich mir Namen super merken. Das kann ich übrigens nicht. Genau, also, äh, ich, äh, keine Ahnung, äh, ich, äh, keine Ahnung, äh, ich stehe im Orchester vor 80 Leuten und ich kann dir zu 99% die Namen von denen sagen. Echt? Ja, aber wenn mir irgendeiner erzählt, äh, hier, äh, der und der Drummer, wie, den kennst du nicht? Wo willst du denn du ammer sein? So, wo ich denke, Alter, weiß ich nicht, was hat er denn gespielt, ne, äh, irgendwie, vielleicht hab ich das mal geübt, was er gespielt hat oder mal nachgespielt oder weiß ich nicht, aber dieses Namen, also dieses Namen raushauen kann ich so gar nicht irgendwie. Naja, auf jeden Fall, der David hat auf dem Konzert, äh, zum hundertsten Mal mit uns Bad Bad Leroy Brown gesungen und hat dann diesen deutschen Text gesungen. Ja. Und ich hab das nicht gemerkt. Das ist doch, das ist doch wohl peinlich, wo zu sehen. Dann war der Text aber gut, weil dann hat er ja zumindest nicht die Musik kaputt gemacht. Und jetzt muss man dazu sagen, der Sound, vor allem auf der Bühne, war eine halbe Katastrophe, ne, ähm, bei dem Konzert irgendwie. Trotzdem, ich hatte ja keine Aufgabe, ich stand da ja als Dirigent dieser Big Band oder als Big Band Lieder, hab vier vorgezählt, ne, ein bisschen mitgeschnipst, ein paar Einsätze gegeben, ein bisschen geguckt, ne, ein bisschen. Drehst du dich beim Dirigieren auch um und, und dirigierst dann, swingst dann so ins Publikum rein? Ja, ne, meistens nicht. Ne? Das hat Max Greger immer gemacht, der hatte ja dann noch die goldene Kanne um irgendwie und dann so reingeswingt. Also es gibt da schon so Momente, aber meistens bin ich dann doch eher ein bisschen straighter. Aber du bist ja Animateur auch, du musst das Publikum da mitnehmen. Auch, natürlich. Ja, ja. Aber, ähm, ich weiß nicht, das war glaube ich auch schon relativ zum Ende des Konzerts so, es war mega heiß, weil das auf so einer Bühne war, wo noch wirklich die ganze Bühne voll mit alten Strahlern hing. Äh, also nix LED hier, ne, sondern die alten. Also dieses alte Paar. Halogen, weiß ich nicht. Wie viele noch? Paar 64. Ja, genau, Paar Scheinwerfer, genau. Also wirklich, und die Bühne, ähm, Bühne ist relativ hoch, das heißt aber Abstand von Bühne zur Decke war nicht so hoch. Das heißt, du saßt da wirklich wie in so einer Sonnenbank irgendwie, war mega heiß, schön hier, Jackett angehabt und alles, ne, Sound war nicht so toll, war relativ laut, aber irgendwie undifferenziert. Und er singt das und, äh, keine Ahnung, so, ja, Applaus, Applaus, ich hab sogar noch moderiert auch, ne, und hab das so, hab das so wegmoderiert irgendwie und nach dem, nach dem Gig so auf der Aftershowparty kommt er dann zu mir und sagt, ja, und wie fandst du das irgendwie? Ja, super, wie immer, ne? Ja, ne, mit dem Text irgendwie. Was hast du denn gemacht? Ja, auf Deutsch gesungen. Wann? Ja, die ganze Nummer. Ja. Oh. Weißt du, das sind, das hab ich ja schon ganz oft gesagt, das Text für mich so einer der allerletzten Bausteine ist, die ich irgendwie wahrnehme, weil ich vorher so viele andere Dinge analysiere, wenn ich was höre, dass ich da nicht drauf achte. Und ähnlich geht's mir mit Namen. Du kannst mir eher, bevor du mir einen Drummer Namen sagst, kannst du mir eher irgendwie einen Drumfill vorsingen und ich kann dir eher sagen, welcher Song oder welche Band das ist oder so. Aber ich zitiere jetzt unser, äh, unser Premium-Mitglied, äh, Claudius, Claudius ist im Premium-Bereich auch Mitglied und der veröffentlicht relativ häufig und hat, äh, bei uns im Premium-Discord-Server dann auch wieder seinen letzten Song, den er rausgebracht hat. Übrigens, äh, super Song, äh, Singer in the Limelight, super Song, kann ich euch mal unten in die Shownotes reinpacken. Fantastisches Master. Ja, super Master. Und in dem Zusammenhang mit dem Master hat er dann aber wieder drauf hingewiesen, was die goldenen Ohren von Holtwig da wieder alles gehört haben, faszinierend. Und so, da hat er natürlich vollkommen recht, weil das ist halt dein Fokus, ne? Das ist, du hast ein komplett anderer, deswegen, wenn wir zusammen Musik hören, dann haben wir komplett andere Sachen auf, die wir hören, ein komplett anderes, wir nehmen die komplett anders wahr, die Musik. Ja? Wenn wir zusammen Musik hören, könnten wir ja fast zu unserer Rubrik schon überleiten, oder? Meinst du? Jetzt schon? Ja, wir haben doch gesagt, wir machen heute mal so einen sommerlichen, sommerlichen, äh. Aber ich will vorher noch eine kurze Anekdote erzählen, weil ich hab dir, da bist du auch, du bist auch Teil der Anekdote. Achso, ja gut, wenn sie mich positiv darstellen, äh, achso, nee. Na gut, dann mach ich zwei Anekdote. Die basieren beide auf der, auf YouTube, ich guck ja relativ häufig YouTube-Videos und informier mich und so weiter und hab jetzt neulich ein Video gesehen von einer, von einem Kanal, der heißt Sage Audio, die haben so eine University Academy, schlag mich tot, kann man, kann man mastern und mixen lernen und so weiter und so fort. Und da kam jetzt, äh, ein Video zum Thema richtig Low-Cutten. Kann man ja schon drüber reden, ne? War jetzt aber ein relativ, in Anführungszeichen, wissenschaftlicher Ansatz, der tatsächlich anhand des Plug-in-Doktors, das ist so ein Plug-in, das dir die akustischen Auswirkungen von Plug-ins zeigen kann, dann analysiert hat, was passiert denn eigentlich bei einem Low-Cut mit dem und dem, äh, Winkel, äh, also mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Flanken, äh, Steilheit mit der herangeht. Dann, ob du einen Phasenlinearen nimmst oder einen Minimalphasigen nimmst oder so, was passiert mit der Wellenform so, ne? Dann kamen die Begriffe natürlich Pre-Ringing und Post-Ringing und dass das aber auch durchaus nicht nur das Ringing ist, sondern dass das auch durchaus vorher einen dynamischen Spike machen kann tatsächlich. Dass also durch den Low-Cut du dir tatsächlich einen Ausschlag aufs Signal draufholst, der deinen Kompressor dann wieder mehr stärker anzieht. Also sehr wissenschaftlich, ne? Ich komme ja mehr so aus der Praxis, aus Machen und denke, wenn das gut klingt, bleibt das so, ne? Aber ich fand das sehr spannend und dann wurde aber der, der, ähm, der eigentliche Aufhänger des Videos war und am Ende verrate ich dir noch, wie man es richtig macht, macht aber keiner. Wo ich gedacht habe, jetzt wird es aber spannend, jetzt will ich es aber mal wissen, weil ich mache das ja immer so hier mit Low-Cut und, äh, im Zweifel befolge ich meinen, den Rat meines lieben Freundes Björn Schlüter und dem kein Low-Cut, sondern Low-Shelf, ne? Mhm. Aber, äh, das wollte ich doch jetzt mal wissen. Und dann sagt er ganz am Schluss, und jetzt zeige ich dir, wie es eigentlich, wie es eigentlich so geht, dass man sich eben Pre-Pro-Stringing oder dynamische Einflussnahme immer gar nicht einfängt. Ich denke, so, jetzt ist noch gemütlich gemacht, noch ein Schnäpschen dabei gestellt, so, jetzt lass mal kommen, Meister, irgendwie. Darf ich raten? Ja? Kein Low-Cut benutzen. Das wäre natürlich die richtige Variante. Aber, äh, aber, er sagte, ja, lad das Ganze doch einfach in den Isotope RX-Editor rein. Und dann kannst du den unteren Frequenzbereich, kannst du markieren, rauslöschen und dann das Pfeil wieder zurück und dann hast du ein Low-Cut ohne Low-Cut-Nebenwirkung. Wo ich gedacht habe, ja, jetzt weiß ich auch, warum das keiner macht. Ich meine, welcher Honk sagt denn, ich will ein Low-Cut? Ach, da schmeiße ich die Datei erstmal aus der DAW raus in RX oder, da gibt es ja so eine Anbindung auch an RX. Gehe jetzt mal rüber per Ara auf RX und dann mache ich da einen schönen Low-Cut oder hier ist eine störende Frequenz bei 2K, irgendwie, die nehme ich noch raus. Mit RX ist ja alles dann ohne Nebenwirkung, wo ich dann denke, ja, wenn du die Zeit hast, gerne. Aber ich bin da mehr so im kreativen Fluss. Ich wechsle euch jetzt nicht zwischen 22 Programmen, nur damit ich mir ein Pre- oder Post-Ringing nicht einfange. Aber das war der eine Teil der Anekdote, den fand ich ziemlich beknackt. Man kann da so rangehen, ja, und wer das möchte oder wer das gerade hat. Also er hat es ja nicht Unrecht. Nein, will ich gar nicht sagen. Will ich gar nicht sagen, aber nur weil ich weiß, dass das jetzt minimalinvasiv ist, brauche ich jetzt nicht 14 Stunden länger für einen Mix oder so. Aber ich habe danach das nächste Video gesehen und da ging es nämlich unserem Freund Timo Krämer, der über das Thema Bass in Mono abmischen oder auch nicht dozierte. In dem Zusammenhang hat er ja auch mit dir gesprochen, ne? Ja, wir haben da zweimal drüber gequatscht, genau. Genau, und ihr habt, glaube ich, dieselbe Meinung, ne? Ja, also es war ganz interessant, Timo hatte so einen Ansatz, so eine, wie sagt man das, so eine Punchline sozusagen, also so eine Aussage und er meinte, da habe ich doch recht mit oder vergesse ich da irgendwas, ne? Also ihr hört und seht sozusagen auch unter Profis im weitesten Sinne, es ist ja nicht so, dass einer meint, er hätte immer die Wahrheit und die einzige Wahrheit gepachtet und er könnte das, sondern es ist ja immer auch so ein Prozess, wo man Sachen hinterfragt und schaut, macht das, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann komme ich da und da hin zu dem und dem Ergebnis. Ich frage mal noch einen Kollegen, er hat ja mehrere Kollegen gesprochen, jetzt gerade aus dem Bereich Mastering auch gesprochen und das haben mich mal alle genau bestätigt, so, ja, natürlich hast du recht, also auf jeden Fall, ne? Und was gibt es für Ansätze, wie kann man das machen, wie kann man das umgehen, wo ist das eigentliche Problem, also was ist eigentlich das Problem? Also brauchen wir jetzt ja gar nicht so vertiefen, schaut euch das Video an. Ne, genau, guckt euch das Video auf jeden Fall von Timo an. Genau, es ist auf jeden Fall etwas, was ich auch immer wieder versuche zu erklären, dass letzten Endes zum Beispiel, es geht ja darum zu sagen, einen Low-Cut zu setzen im Seitensignal, also Mitte, Seite, ja, ich glaube jeder, der uns zuhört, wird zumindest im weitesten entfernt wissen, worum es da geht. Und viele sagen, ja, du machst immer bei 100 Hertz oder 150 Hertz oder weiß ich nicht, machst einen Low-Cut im Seitensignal und dann... Dann bist du auf der sicheren Seite. Dann bist du auf der sicheren Seite, ja, das ist ja zum einen so eine Aussage, es gibt aber natürlich auch noch bescheuertere Aussagen, wie, dann wird der Bassbereich auch punchiger und dann wird das alles aufgeräumter und so. Was für ein Quatsch, ne, also das ist ja genau, das ist ja der Punkt, wenn es doch ein Problem gibt, ne, so und dann kommen ja wieder alle mit Phase und so, ne, und das ist ja genau das, was Timo auch in dem Video letzten Endes dann, naja, ich meine, das ist eben kein Zwei-Minuten-Video, ne, sondern da muss man sich dann schon mal ne, ja, weiß gar nicht, ne halbe Stunde, ne, ne, so lang war es nicht, 10, 15 Minuten oder so die Ecke. Achso, okay. Also, ne, 12 Minuten, genau, ich hab's mit 12 Minuten gemerkt, ja, genau. Dann hatte er mir mal eine andere Version noch geschickt, die noch etwas länger war. Okay, alles klar, ich meine, es war 12 Minuten. Naja, und er sagt ja letzten Endes, wenn es ein Problem gibt im Bassbereich und wenn es, geh mal vom Bass weg, wenn es ein Problem in den Höhlen gibt, wenn es ein Problem bei 314 Hertz gibt, dann löst du das doch am besten nicht mit irgendeinem Tool im Mastering oder auf dem Masterbus. Klar, es gibt Momente, da hat man das Problem und es ist vielleicht auch nicht mehr zu reparieren, aber wenn du es doch selber in der Hand hast, also, ich meine damit, wenn du derjenige bist, der vor einer DAW sitzt, wo er die Kick, den Bass und die Orgel und die Gitarre und den Gesang und, weiß ich nicht, vor sich hat, dann brauche ich doch jetzt kein Low-Cut im Seitensignal auf der Stereo-Summe machen, um ein Problem zu lösen, was ich vorher, was ich vorher kreiert habe. Und da ist ja immer wieder dieses, mit der Phasenlage im Bass, dieser große, was heißt, Irrglaube, wenn etwas im Differenzsignal ist, also im Stereo-Signal. Ganz kurz, ich versuche das in einem Satz zu machen, ja, und alle, die das dann näher interessiert, gucken einfach das Video bitte von Timo. Wenn du irgendein Signal hast, was im Seitensignal, also im Differenzsignal liegt, dann ist das ja nicht automatisch out of phase. Nö. Wenn du jetzt eine Gitarre nimmst und machst sie im Panorama ganz nach rechts, dann ist der Anteil von diesem Signal im Seitensignal deutlich höher als im summierten Mittensignal. So, das heißt also, wenn man das Ganze jetzt auf Mono abhört, geht das Signal ja nicht verloren, weil es ist ja immer noch in Phase. Ja, aber es ist einfach deutlich leiser. Es wird leiser, aber es verschwindet nicht. Wenn etwas außerhalb der Phasenlage ist, also im negativen Phasenbereich ist oder Richtung negativen Phasenbereich, dann ist es nicht mehr da, wenn man das Ganze auf Mono abhört. Aber das ist jetzt schon wieder Quatsch, das in drei Minuten zu versuchen unterzubrechen, was Timo didaktisch sehr, sehr gut aufbereitet hat. Und sehr kompakt. Die Anekdote dazu meinerseits war nur, ich sitze jetzt also im Studio und höre mir das Video an, so wie ich mir alle Videos da angucke. Meine Anlage läuft, ich sitze davor und dann kommt Timo an den Punkt und sagt, dann redet er auch über Phase im Bassbereich und so weiter. und schaltet dann zwischen Stereo und Mono hin und her und hat bei dem Bass auf der einen Seite die Phase gedreht und sagt, hier, guck mal, das passiert im Stereo, das passiert im Mono, das passiert im Stereo, das passiert im Mono. Und ich sitze da so, drehe mich so um, vorwärts, rückwärts, sitze ich in der Raummode, ich höre gar nichts irgendwie so, denke so, was macht er denn da jetzt irgendwie? Und dann fiel mir ein, mein System hat ja nur einen Subwoofer. Das heißt, prinzipbedingt ist bei mir im Studio der Bass monosummiert. Ich kann nicht anders, weil meine Boxen unterhalb 80 Hertz im Prinzip durch das System einfach nichts drunter liefern. Also ich konnte gar nicht hören über meine Lautsprecher, aber da musste ich einen Kopfhörer rausholen. Dann habe ich es dann gehört irgendwie, weil ich ja dann einen Speaker für links und einen für rechts hatte. Und ich habe da aber erst mal gesessen und habe gedacht, ey, ist jetzt was kaputt gegangen, warum höre ich das denn nicht mehr? Bis mir mal eingefallen ist, ich schalte immer zwischen den Setups bei mir hin und her. Manchmal habe ich den Subwoofer aus, dass ich die Boxen Fullrange laufen lasse. Vor allem, wenn ich Stereo-Bässe hören will, dann gehen die halt nicht so tief runter, die Speaker. Das ist ja auch so ein Gebastel dann, ne? Ja, und mich nervt das halt total, dass ich dann auch nicht mit einem Schalter mal eben umschalten kann. Mein Streamdeck ist ja auch so umgeschaltet mittlerweile, dass ich da den Schalldruck in SPL habe ich eingestellt bei mir. 69, 71, 74 und 82 habe ich, glaube ich, noch eingestellt. Das kann man bei der Apollo ganz einfach machen. Du pegelst das einfach ein und dann kannst du das so machen. Kann ich über mein Streamdeck abrufen. Sehr praktisch. Ich kann auch Mono, Stereo umschalten und so weiter. Alles gut. Ich würde nur sehr gerne halt eben auch Subwoofer an, Subwoofer aus machen. Geht aber nicht. Dafür muss ich erst die Software von Neumann starten. Da das Bassmanagement dann händisch ausschalten oder anschalten. Und dazwischen ist auch noch ein Knack, was total beknackt ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das macht mich total wahnsinnig. Weil ich habe halt diese beiden Anmeldungsszenarien und denke so, das ist total blöd. Aber das nur am Rande. Ich wollte eigentlich nur die Anekdote erzählen, dass ich da saß und von Timos Beispiel nichts gehört habe, bis mir eingefallen ist, wo der Fehler sitzt, nämlich vor dem Rechner. Aber das sind ja auch immer diese Leute, die sagen, da habe ich mich mit Timo nämlich auch drüber unterhalten. Ich weiß noch, als ich ja auch damals dieses Neumann-System hatte mit den Zwei-Sapfen. Was für ein Quatsch. Bässe unterhalb von so und so viel Herz kann man eh nicht lokalisieren, wo das herkommt und bla bla bla. Wo ich so gedacht habe, Leute, ihr habt das einfach nicht kapiert. Also das sind dann einfach immer dieses gefährliche Halbwissen. Das sind dann auch die Leute, die bei Instagram irgendwie einen Post sehen. Mach einfach immer 150 Hertz im Seitensignal, low card und 30 Hertz im summierten Signal und mach immer den Kompressor und dann klingt das gut. Weißt du, so dieses faktische... Vor allem dann wird es automatisch besser. Ja, was man aber selber nicht überprüft oder gar nicht überprüfen kann. Weil, wie du schon sagst, wenn du ja die Bässe, wenn du die Frequenzen unterhalb von einer... So, es fängt ja schon mal meistens damit an. Und schon wieder in Rade. Ja, ich merke das schon. Ich lasse dich einfach mal laufen. Meine Frau hat gesagt, ich soll dich mehr laufen lassen. Liebe Grüße, Anna. Hallo. Dankeschön, Anna. Ja, aber guck mal. Es fängt doch meistens damit an. So, es fängt ja meistens damit an, dass die Leute über Frequenzen sprechen, die sie gar nicht hören können. So, das ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint. Aber wenn man halt mit einem kleinen Speaker irgendwo sitzt, dann kann man halt auch vielleicht 60 Hertz schon gar nicht mehr hören. Nee, genau. So, damit geht es schon mal generell los. Oder nicht relevant. So, dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Subwoofer. Oder ob das jetzt der 250 Euro, weiß ich nicht, Yamaha-Subwoofer ist oder der Neumann, wie auch immer. Man hat da sein System und natürlich, man hat jetzt die Bässe und man kann wirklich runterhören dann bis, was auch immer, 20, 30 Hertz, alles cool. Aber eben in Mono. Jetzt wissen die allerwenigsten, und das ist definitiv ein Fakt, jetzt werden einige sagen, natürlich weiß ich das. Mit Sicherheit genauso viele Leute wissen nicht, wie funktioniert der Subwoofer überhaupt. Das heißt, wie ist der eingebunden? Kommt aus meinen Boxen trotzdem noch 80 Hertz raus oder kommt das nur aus dem Subwoofer raus? Wo ist die Trennfrequenz? Wie ist das getrennt? Genau, wie ist eigentlich der Crossover? Wie ist der Crossover? Wie ist die Trennung? Dann kommt hinzu, ich habe auch schon in Studios gestanden, ja, der Subwoofer, den habe ich da hingestellt und angemacht und dann klingt super. Und du denkst so, ja, machst du damit aber eine Phasenauslöschung gerade eigentlich, ne? Weil genau da sollte er jetzt vielleicht nicht stehen, ne, der Subwoofer. Egal, ich schweife ab. Also, das heißt, Leute reden dann darüber, ja, im Seitensignal hier Low-Cut und Bässe und so, hören den Bass aber sowieso, so wie du, unter 100 Hertz oder 80 Hertz, wie auch immer, sowieso in Mono. Weil da schon summiert bei ihnen rauskommt. Das heißt, viele Probleme und ich glaube auch viele von diesen Mythen, da haben wir ja letztes Mal schon das Video von Timo auch angepriesen mit diesen Audio-Mythen erklärt, so, ne? Ich glaube, viele von diesen Mythen... Ich merke schon, wir werden Werbekanal für Timo, aber... Total! Wir müssen mal so langsam darüber sprechen, dass wir uns dann mal sponsern lassen oder so. Nee, feine Kerle nicht. Nicht? Nee. Okay, ausnahmsweise. Und dann, diese ganzen Audio-Mythen und was weiß ich, ich glaube, das meiste davon, bin ich mir sogar sicher, hält sich nur so, sag ich jetzt mal so, so beständig, weil die wenigsten Leute das kontrollieren oder, was heißt kontrollieren, das überhaupt hören können aufgrund ihres Systems oder weil sie sich vielleicht auch nie die Mühe machen, das zu hören. Akustische Einschränkungen im Raum, auch Kopfhörer selber, die nicht sauber abbilden. Kopfhörer, Bedienungsfehler mal noch außen vor gelassen, ne? Ja. Ich glaube schon, dass das ein großer, großer Punkt ist und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es so Leute gibt, wie jetzt auch Timo oder auch, wir nennen es uns auch mal oder dich hinter dem Kanal, dass du auch ganz klar sagst, okay, so und so, wie klingt das denn, wenn ich jetzt wirklich mal, weiß ich nicht, den Haase-Effekt mache und dann mal auf Mono schalte, weil die meisten machen ja diesen Weg dann nicht, sondern sie denken nur, boah, das klingt total toll und checken aber gar nicht mal, was ist jetzt passiert, ne? Oder auch mit Saturation und mit vielen Sachen, die dann für den Moment immer toll klingen, aber ich sag mal, im großen Ganzen, im Zusammenhang des ganzen Songs, weil niemand hört nachher im Radio eine Kick einzeln oder eine Gitarre einzeln, ne? Funktioniert das Ganze dann wieder nicht und immer diesen Schritt zu machen, ne, wo ich hier selbst im Mastering, in Anführungsstrichen, selbst im Mastering, alle 20 Sekunden oder 30 Sekunden gefüllt zwischen dem Mix und dem Master hin und her schalte, nur um sicherzustellen, dass diese kleinen Move, den ich jetzt gemacht habe, dass der wirklich auch die Auswirkung hat, die ich möchte und nicht irgendwas. Und jetzt schauen wir mal im Mix, gut, wenn du jetzt im Mix alle 30 Sekunden umschalten würdest zwischen, weiß ich nicht, Rough Mix oder Referenz, das macht natürlich wenig Sinn, aber wenn ich doch jetzt einen EQ anmache oder einen Kompressor, dann schau halt immer, dass du den Zusammenhang siehst, ne? Und so ist das dann auch mit Pre-Bringen, der eine sagt, ja, das ist ja Quatsch, das habe ich ja, ne, da habe ich doch mal gehört, dass das Quatsch ist oder dass man das nicht macht oder so. Ja, wie du schon sagst, ja mach halt erst mal, mal gucken, was passiert. Das meiste ist angelesen oder habe ich von irgendeiner Koryphäe gehört und dann wird das irgendwie unüberprüft, oft unüberprüft einfach rausgehauen. Im Hi-Fi-Bereich ist das ja noch viel schlimmer, im Hi-Fi-Bereich darfst du ja gar nichts sagen, ne? Wo da wirklich über Dinge gesprochen wird, wo ich denke, ey Leute, ihr sitzt in einem fast unbehandelten Wohnzimmer, ihr könnt doch nicht ernsthaft hier über Nachhaltseiten sprechen oder darüber, dass ein 1000 Euro Stromkabel irgendwie einen Unterschied im Sound macht. Macht das vielleicht, aber du bist in dem Wohnzimmer definitiv nicht in der Lage, einen Unterschied zu hören, egal wie gut deine Anlage ist. Aber das nur am Rande. Ja, also du merkst schon, spannendes Thema auf jeden Fall. Also du Zuhörer und du Zuschauerin merkst auf jeden Fall, das ist ein spannendes Thema, wo man sich lange darüber austauschen kann. Vielleicht können wir da mal eine Diskussionsrunde machen. Dann nehmen wir noch irgendwie ein paar andere Leute dazu und schlagen uns mal gegenseitig die Köppe ein und ich sitze dazwischen nur und versuche das irgendwie wegzumodisieren. Irgendwie so die Grabenkämpfe im Zaum zu halten. Aber mir fiel gerade noch ein, dass es ja so viele andere Mythen auch noch gibt. Weil ich hatte diese Woche, hatte ich den Song, der letzte von den Four Tops ist ja gestorben und ich hatte nochmal den Song I'll Be There gehört. I'll be there. So, der letzte von den vier Sängern von den Four Tops vom Original ist gestorben und dann haben die diesen Song gespielt und alter, das Ding ist mit so viel, ich nenne es jetzt mal neudeutsch, Saturation auf der Stimme aufgenommen worden. Das war natürlich ein Röhrenmikrofon, ein Röhrenpreamp, volle Pulle, reingebrettert in die Bandmaschine. Aber wenn du das hörst, was das eine Energie hat, was das anschiebt, was diese Stimme, dieser Typ, ohne dass der schreit, weil der schreit nicht, der singt einfach nur sehr gut. Aber diese Energie, die dieser Song durch diese Aufnahmetechnik hat, brutal gut. Wirklich brutal gut. Hör dir den Song nochmal an, es ist super gut. Aber du hast noch einen anderen Song natürlich mitgebracht. Das stimmt. In unserer Rubrik. Song des Monats. Ich hab gerade überlegt, angesichts der Zeit. Nein, wir sprechen noch drüber. Wir sprechen noch drüber? Ja, ja, wir haben es ja angeteast. Vor einer Viertelstunde. Mir ist der Song so wichtig, eigentlich. Aber gut. Wir können auch über ein Plug-in sprechen, dann mach ich eine andere Rubrik. Plug-in Blutensong Also wir machen, die Rubrik heißt, wähle die Rubrik. Also normale Kartoffeln auf die Eins auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Die Kartoffeln 20 Minuten, ne? Ja. Muss er auf jeden Fall auf den Spitzen. Aber kennst du das von Florian Wirz, nicht? Florian Wirz? Das ist dieser Fußballer. Achso, das ist der Fußballer. Ja, was hat er gesagt? Da gab's vor der, äh... Jetzt sind wir richtig off-topic hier. Voll drauf, ja. Äh, der hatte, äh, da gab's so eine... Wie nennt man das denn? Leute, ich bin auch nicht mehr so jung. Das ist so, hier, diese Reels-Geschichten, TikTok. Und dann gibt's so, äh, stand der da irgendwo in so einer Halle, da hält sich das Handy da so Selfie-mäßig hin und dann kommen da, soll man seine Lieblings-Kartoffel-Produkte ranken. Ja. So, und da gibt's zehn Plätze und dann kommen irgendwie normale Kartoffeln, weiß ich nicht, Kroketten und Kartoffelpüree und so. Also welche seine Lieblings-Kartoffel ist. Ja, und dann kommt da irgendwie, das ist da wie so Roulette, das dreht sich so, ne, und dann wird irgendwas abgebildet, steht da, weiß ich nicht, Rösti und dann musst du halt, du hast zehn Plätze zu vergeben und du weißt ja nicht, was als nächstes kommt. Ja, ja, ja. Prinzip verstanden, ne? So, ist so alt wie, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab's das vor der EM mit ziemlich vielen Sachen, wo halt die deutschen Nationalspieler das, äh, gemacht haben. Unter anderem Florian Wirtz und dann kamen halt so irgendwie ganz normale Kartoffeln halt, weiß nicht, was da stand, Salz-Kartoffeln oder normale Kartoffeln. und dann hat, mein Gott, hab ich da jetzt schon lange für ausgeholt, um diesen Scheiß zu erklären. Naja, und dann sagt er halt, ja, normale Kartoffeln, da würd ich sogar sagen, auf die Eins. So, und das ist halt so als Meme, äh, ist das irgendwie so, äh, rundgegangen, dass jetzt immer alle sagen, so, ja, normale Kartoffeln auf die Eins, so, ne, weil Deutsche gleich Kartoffeln und, naja. Ihr merkt schon. Also, du möchtest jetzt nicht mehr über deinen Song sprechen? Nee, da ist jetzt, die Luft ist jetzt raus. Dann nehm ich einen anderen Song rein, den ich aber nur kurz anteese, weil ich den diese Woche auch zum ersten Mal gehört habe. Nämlich den Rhabarber-Barbara-Song. Der krass viral gegangen ist er. Von Bodo Wartke und Marty Fischer. Marty Fischer kennen einige ja schon seit vielen, vielen Jahren. Einer der erfolgreichsten YouTuber, der auch, übrigens auch Musik erklärt, also sehr gut erklärt sogar. Also, äh, wie geht eigentlich Musik? Oder wie geht eigentlich, was weiß ich, Pop, Rock, sonst was irgendwie? Ist ja so eine Rubrik bei Marty Fischer auf seinem Kanal. Ich kenne ihn noch aus der Zeit, als er noch der Klavinova war, als er noch mit, in Anführungszeichen, billigen Parodien irgendwie Leute nachgemacht hat und so weiter. Fantastischer Musiker. Bodo Wartke, wenn ich drüber rede, einer der Top-Kabarettisten in Deutschland. Und ich hatte nur so im Nebenflug mitbekommen, dass sie die Rhabarber-Barbara vertont haben. So. Und konnte mir schon grob vorstellen, was ich mir darunter vorstellen musste. Und ich habe den Text vor Jahren schon genommen, um Mikrofone vorzuführen. Weil ich brauchte irgendwie einen Text und ich kannte das von den Kindern aus dem Kindergarten. Ja, stimmt. Und habe dann bei Sprachtests halt immer die Rhabarber-Barbara genommen, die in ihrer Rhabarber-Bar sitzt und mit den Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bärten oder mit dem Rhabarber-Barbara-Barbaren-Bart-Barbier und so weiter, um einfach Text zu haben, um Mikrofon vorzusprechen. Und ich habe den jetzt diese Woche mal gehört und den nehmen wir jetzt einfach in die Rubrik mit rein. Der kommt aber nicht in die Playlist rein. In der Playlist findest du aber schon den Song, den wir dann nächstes Mal besprechen werden. Kannst du mal raten, welcher das war? In der Spotify-Playlist zu unserem Song. Wir machen das jetzt ganz neu. Ja. Das ist jetzt alles neu. Jetzt schmeißt du alles irgendwo. Alles über. Ja. Auf der Playlist findet ihr den Song, den wir in zwei Wochen besprechen. Ja. Nämlich meinen Song des Monats eigentlich. Ja, der ist ja schon drauf. No Sanctuary hier von Chris Jones. Hört doch vielleicht, wenn ihr Bock habt, schon mal vorher rein. Oh, eine gute Idee. In zwei Wochen quatschen wir dann über den Song, weil das haben wir jetzt so ein bisschen verpasst. Ich wollte ja nach circa, wenn ihr da nochmal zurückblättern, wollte ich gerade schon sagen, zurückscrollt, wollte ich ja schon einhaken. Ja. Aber da durfte ich ja noch nicht. Und dann sind wir so abgeglitten hier, dass es mir sehr leid tut. Zum Rabar-Babar-Barbara-Song habe ich witzigerweise auch, ich glaube, gestern noch was gelesen. Nämlich, der hat irgendwie 25 Millionen Aufrufe. Dann haben zwei Australierinnen, glaube ich, einen Tanz dazu erfunden. Ja. Dann ist dieser Tanz auch nochmal viral gegangen. Okay. Dass ganz viele TikTok-Tanzstars und was weiß ich, schlaf mich tot, dann diesen Tanz auch wieder benutzt haben mit dem Song eben. Ja. Und mittlerweile ist dieser Song selbst in, was hat er gesagt? Papua-Neuguinea. Ja, Uganda, glaube ich, oder so. Oder Kambodscha. Ja. Tanzen jetzt auch schon Grundschulkinder zum Rabar-Barbara-Song. Okay. Also der ist einmal an sich viral gegangen, dann nochmal mit diesem Tanz viral gegangen und dann nochmal viral gegangen, weil er viral gegangen ist. Und das Faszinierende ist, der Song besteht ja eigentlich nur aus einem Beat und diesen weiten Typen, die darauf mehr oder weniger rappen. Ja. Ja. Sprachgesang. Erstaunlich. Ja. Auf jeden Fall gut gemacht. Im Marty-Fischer-Style. Reinhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir können ja dann quasi diese Folge jetzt auch so langsam zum Abschluss bringen. Ja. Diese Sommerfolge. Und wissen ja dann auch schon, welchen Song wir dann beim nächsten Mal hören werden. Yes. Sehr schön. Freue ich mich schon drauf. Chris Jones. Yes. Chris Jones. No Sanctuary. Cooler Song. Generell ein geiler Song für einen schönen Sommerabend so. Ja. Guter Kopfhörer empfohlen oder eine Anlage, die auch mal untenrum brummt. Oh ja. Ja. Also meine Lieben, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein in zwei Wochen, wenn der liebe Jonas folgendes sagt. Äh. Ja. Jetzt habe ich den Spruch schon fast gerade gehabt. Die Wirklichkeit ist das, was sich unseren Wünschen widersetzt. Kau mal drauf rum. Hast ja noch einen Sonntag Zeit. Wir sehen uns, bis die Tage, mach's gut und Yassu. Wirklichkeit ist das, was sich unseren Wünschen widersetzt.